hallo und herzlich willkommen zu dummy kompakt der hundeschule jagdfieber mit mir susanne und schön dass ihr alle da seid immer wie beim kasper ich weiß gar nicht hört ihr mich seht ihr mich alles gut ich muss immer kurz auf meine technik gucken ob auch alles richtig aufgezeichnet wird ja also heute geht es wieder um eine frage aus der dummy und co trainingsgruppe und zwar die frage was macht man denn wenn man einen sitzpfiff auf 100 metern gibt und der hund einfach sagt also wie soll man das machen sitz für funktioniert auf 10 20 metern super auch auf 30 metern aber wenn man ihnen dann verwenden möchte wie soll man das machen soll man den hund wieder auf die stelle zurücksetzen muss man laufen muss man nicht laufen soll man brüllen soll man nicht was soll man da so machen das war die frage und die wollte ich heute dann mal ein bisschen besprechen so wer ist denn alles da christina ist da katrin ist da geht es da jana ist da hallöchen fiona und bernadette ist da und die elke ist da hallo carola ist auch da und erika ist aus da hallo schön dass ihr da seid ich wollte nur sagen hier ja 22 april es geht wieder los der dummy frühling dieses jahr ein bisschen später als jetzt weil ich habe mich daran erinnert letztes jahr habe ich den dummy frühling genau zur zeitumstellung gemacht ja hallo kathie also zeitumstellung heißt in der hinsicht aktuell sind wir fünf stunden und entfernt und sonst sind wir mal sechs stunden das heißt diesmal habe ich richtig aufgepasst und bin pünktlich gekommen letztes mal war ich nämlich dann um 18 uhr plötzlich online weil ich dachte ja immer live gehen wie immer aber ihr habt ja eine andere stunde bei ihr stellt erst nächste woche ende um das heißt alles jetzt ein bisschen anders auch am donnerstag jetzt bei der fragerunde im team jagdfieber ich hoffe ich bin pünktlich und nicht eine stunde zu früh aber ich habe es mir ganz fett in den kalender eingetragen das heißt das wird schon so heike söhnke ist auch da jana sagt gutes thema das ist schön und genau das weil jana du bist ja auch im team jagdfieber darüber werden wir auch noch mal dann im team jagdfieber bei der fragerunde ein bisschen sprechen weil ich glaube das ist etwas was wirklich ja wo man einfach noch mal ein bisschen darüber sprechen muss weil es da verschiedenste ansätze 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 gibt und heute gibt es sozusagen so und so und so schnelldurchlauf und im team jagdfieber können wir da einfach ein bisschen tiefer gehen weil wir erstens in zoom sind und eine ganze stunde haben und nicht 15 minuten die zumindest immer geplant sind nicht immer die ich nicht mehr einhalte okay so raffael der quotenmann ist auch dabei sehr schön und hallo diana und hallo uschi so okay also die erste sache also es gibt drei sachen die du grundsätzlich beachten solltest ja also die erste sache ist die du musst den sitzpfiff durchsetzen wenn du einen sitzpfiff gibst egal wie blöd es war dass du sagst mist ich wollte ihn gar nicht geben das ist jetzt viel zu schwer den kann er ja sowieso nicht er ist mir nur ausgerutscht das ist egal dein hund hat einen sitzpfiff gehört also musste muss er ihn auch machen ja wenn du sagst naja das war jetzt aber zu schwer deswegen muss ein doch nicht machen dann weiß dein hund später nicht wann muss ich ihn jetzt wirklich machen wann muss ich nicht machen weil dein hund hat ja vielleicht nicht die gleiche einschätzung wie du und sagt das war jetzt auch wirklich sehr schwer nicht das kann ich jetzt noch nicht deswegen darf ich den sitz jetzt ignorieren ja damit du klar und souverän bist und bleibst als hundeführer musste ihn durchsetzen natürlich nicht hektisch hinrennen brüllen selbst nein aus bleib und nicht so so ja hier kreischende sache oder zehnmal sitz pfeifen und immer mehr und irgendwann fällt dir die pfeife aus dem mund das kann man dieses mehrmals pfeifen macht man auf einer prüfung weil man nicht loslaufen darf aber nicht machen im training ich gebe den sitzpfiff maximal zweimal ja beim ersten mal sage ich immer noch so also kommt auch immer darauf an aber ich sag mal zweites mal pfeife ich immer noch mal vielleicht hat er nicht gehört ja im zweifel für den hund aber niemals ein drittes oder viertes mal einfach weil der hund sonst lernt er muss sich erst beim vierten fünften sitzpfiff hinsetzen ja das heißt losgehen und souverän zeigen dass man merkt dass der hund da gerade blödsinn macht ja das ding ist okay also natürlich wäre die elegante lösung die die man hier gerne macht und zwar drückt man einen knopf weil der hund ist auf 100 metern entfernung und man kann ja nicht schnell man kann nicht 100 meter rennen ja man sollte auch nicht rennen diese technik finde ich sehr sinnfrei und können wir sowieso nicht in deutschland machen deswegen fällt ihr erstmal raus aber wichtig ist dass du deinem hund von anfang an beibringst dass wenn du dich bewegst dass was falsch gelaufen ist dass jetzt irgendwie ein abbruch ist dass jetzt irgendwas nicht funktioniert dass irgendwas falsch gemacht hat nicht richtig gemacht hat und so weiter das muss nicht immer negativ seine muss nicht mal los rein und sagen und dem hund dann ja sondern einfach loslaufen und dann was ich dann gerne mache ist ihm durchsetzen das heißt der hund soll sich hinsetzen mir ist es in dem moment egal wo er sich hinsetzt ob er sich genau dahin setzt wo er war ob er hat 20 meter daneben ob er sich mit dummy hinsetzt ob er sich vorm dummy setzt ob er sonst wo rum rennt und dann sitzt sitzen weil der drops an sich ist schon gelutscht ja du wird das wird nicht schöner und besser wenn dein hund auf 100 metern nicht den sitz befolgt und du dann aber hingehst und dann wieder und wieder und dann vergisst es ja nicht ja das heißt ich möchte dass mein hund hört ja und sage ich mal auch in einer stressigen situation auch wenn es in der in der sicht ein bisschen unfair ist weil ich selber falsch gefiffen habe also ich habe gefiffen und merke danach misst das war zu schwer deswegen kann es mein hund nicht aber trotzdem muss es tun das darfst du dann aber eben nicht mit gewalt tun sondern du musst hingehen und nein einfach sitzen und wenn er zu aufgeregt ist weil er so viele sachen sind atmen sitz runterkommen und wenn er weil 100 meter sind lang ja muss man auch erst mal laufen und wenn er dir da auch in den 100 metern dann noch 20 minuten sucht und dann das dummy findet das ist egal das dummy ist dir egal sitzen weil davor da du hast davor was gesagt wenn er dir das dummy bringt bin ich auch nicht böse und nimmst ihm irgendwie böse ab oder so und steckst ihm noch mal ins maul oder irgend so ein kram nein ich nehme es ihm einfach ab und sage sitz weil viele hunde können nicht sitzen mit dummy im maul ja oder sie machen dann blödsinn da knaut schon so rum oder es fällt raus oder sie legen es ab oder irgend so ein kram das will ich damit gar nicht verbinden sondern das ist der eigentliche wenn es passiert ist dein hund sitzt nicht auf 100 metern dann setzt es durch die los bleib ruhig dabei ja alle ihr im team nachfieber ihr kennt die trainingseinheit zur abgabe war das glaube ich ne welche trainingseinheit war das kann mir jemand helfen da habe ich einmal gezeigt im video wie man als souveräner hundeführer auf seinen hund zugeht damit der dann sich hinsetzt das war kompfiff kompfiff war das genau ja kompfiff also guckt noch mal die trainingseinheit zum kompfiff durch da könnt ihr auch in der inhaltsangabe einmal durchgucken müsst ihr nicht alles angucken nur den einen teil dass man souverän auf seinen hund geht und auch nicht brüllt ja richtig nicht wenn sitzpfiff war das nicht sitzpfiff war der aufbau vom sitzpfiff aber die trainingseinheit genau bernadette genau die okay also das heißt genau also euer hund jetzt sagt manuela ja auch gerade er sitzt dann aber sei teilweise seitlich und nicht in meine richtung ja es ist wurst das ist ja sowieso schon vorbei das problem ja also okay ich glaube ich habe es jetzt richtig kraft der hund setzt sich auf den ersten pfiff aber dann nicht in deine richtung ja und das ist was anderes das ist nochmal da kann man dann zum beispiel einfach kurzen kompfiff machen und nochmal ein sitzpfiff und schon sitzt er richtig oder man arbeitet mit sinnvollen aufgaben und dann setzt sich der hund sowieso zu dir weil er ja eine sinnvolle aufgabe erwartet dieses falsch setzen ist oft von hunden die gelernt haben dass sie sinnfrei weitergeschickt werden aber das kommt gleich noch also wenn du jetzt den sitzpfiff gemacht hast dein hund auf 100 meter nicht sitzt bewegung nicht hektisch nicht rennen nicht brüllen drauf zu gehen wenn ein hund gelernt hat dass wenn du dich bewegst dass der abbruch der aufgabe ist wird er auch auf 100 metern sehen dass du dich bewegst manche werden dann auch ein dummy finden dann nimmst du das dummy einfach an auch wenn der hund dir entgegenläuft nimmst du es einfach an sitz lässt ihn sitzen und gehst nochmal zum startpunkt zurück und dann atmest du einmal durch dann kommt nämlich die frage was machst du dann aufgabe weiterführen das ist wenn sage ich mal wenn der hund jetzt ich sag mal du hast sitzpfiff gefiffen und bist dann losgelaufen und dann hat er sich hingesetzt ganz schnell und so dann ist immer so diese sache lässt man ihn weiter arbeiten weil das ist ja dann die belohnung eigentlich dafür dass du trotzdem loslaufen musst das ist immer so würde ich selten machen wenn du es weiter arbeitest musst du gucken ob du den winkel verändern musst weil normalerweise der hund ja dann nicht da sitzt wo man es geplant hat das heißt mach es dann nicht noch schlimmer das heißt dein hund hat sowieso schon nicht richtig gesessen ja an der richtigen position zu dem zeitpunkt an dem du gepfiffen hast und wenn du dann darauf bestehst von dort aus weiter zu schicken back links rechts was immer wo du gerade bist wenn es gerade gar nicht ideal ist also wenn zum beispiel der winkel nicht korrekt ist ja also wenn du deinen hund zum beispiel schräg vor dir sitzt hier so ja hier sitzt dein hund und du willst back schicken ja wenn du jetzt von hier bist und dann back schicken willst dann dann läuft der ja also wenn du jetzt hier bist als hundeführer und dein hund hat sollte hier sitzen das war das ziel sieht man das ja und er hat sich dann aber hier hingesetzt weil keine ahnung erst nach oben unten keine ahnung und mal kurz und hier war das zielsitz sag ich mal und hier ist jetzt das dummy nee das ist ja die dummy der 1 ja so wenn das dummys wenn du jetzt von hier aus back sagen würdest müsste dein hund eigentlich so gehen ja also nach oben und das ist ja blödsinn das heißt wenn du es jetzt richtig haben möchtest musst du gucken wie du dich positionierst also zum einen kannst du zum beispiel sagen wenn du jetzt unbedingt weiter schicken möchtest kannst du auch hier hingehen und dann schickst du rechts ja eben nicht back oder du gehst nach hier also müsst euch vorstellen da oben ist noch ein bisschen mehr damit er dann hier back geht ja also von da nach back aber macht es nicht noch schlimmer indem ihr darauf besteht hier weiter zu schicken wenn euer hund schlecht sitzt aufgrund des sitzpfiffes wie gesagt immer training ja in der prüfung ist alles ganz anders und das muss man auch immer mal üben dass man dann zum beispiel auch mal weiter schicken kann aber dann ist das ziel eine ganz anders und deswegen kommen wir jetzt nämlich genau zur zweiten sache was ist das ziel der aufgabe war das ziel sitzpfiff üben meistens nicht meistens war das ziel 100 meter voran schicken und der hund weicht vom voran ab und dann muss man sitzpfiff machen will weiter handeln ja sagt man okay erste ziel schon mal nicht erreicht jetzt was macht man dann also du hast gefiffen das ist ja rausgerutscht oder absichtlich keine ahnung dein hund sitzt dann auch jetzt nachdem du korrigiert hast oder auch nicht und dann ist die frage was was war jetzt dein ziel also möchtest du üben dass es jetzt ums handling geht also zum beispiel was ich jetzt gerade geschrieben habe dass dein hund nach dem sitzpfiff trotzdem noch mit dir zusammenarbeitet und zum ziel kommt dann kannst du so machen dass du entweder sagst okay ich mache das jetzt auf prüfungsebene muss man auch mal üben bleibst auf deinem standpunkt oder du verschiebst dich halt je nachdem so dass du dann wenigstens noch schön schicken kannst weil es ist ja schon nicht mehr ideallinie oder du sagst dir okay es war aber eigentlich ein voran und kein sitzpfiff und das war jetzt alles nur blöd und dann holst du deinen hund ab und dann machst du die aufgabe nochmal ich würde immer von einem anderen standpunkt ausschicken damit dein hund nicht lernt ach so beim ersten mal werde ich abgefiffen und beim zweiten mal darf ich beim ersten mal darf ich irgendeinen mist machen und dann ja okay bernadette meint meinst du schräges beck was ist ein engelbeck habe ich engelbeck gesagt nein ach so ne ach engelbeck genau ein engelbeck wäre doch möglich genau so von jacqueline kam das gerade warte nochmal so natürlich ich sag ja hier also mit der aufgabe es ist immer die frage was trainiert ihr gerade ja natürlich kann man jede aufgabe irgendwie retten man hätte jetzt auch sagen können ja also das hier ist jetzt falsch da hinten ist das dummy man hätte ja auch sagen können okay jetzt schicke ich mein hund rechts dann wieder sitz und dann schicke ich ihn back ja ich könnte ja aber auch schräges beck ja und das mit 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 schrägen beck das hatten wir schon häufiger im team jagdfieber das ist eine total coole sache wenn man das kann und wenn der hund das kann nur in der praxis sieht man ganz viele hunde und hundeführer die ein schräges beck gerne trainieren wollen und machen wollen und sich dabei ihr normales beck total versauen weil der hund dann lernt ach okay es geht nicht mehr um 180 grad sondern irgendwie so hier so das ist super schwierig ja und auch wenn es immer gesagt wird ja also das gehört dazu dass man seinen hund links rechts beck schräges beck schicken kann alles tut die das setzt einen hundeführer so dermaßen unter druck dass wenn man mal einen hund hat der halt nicht sag ich mal nie denkt und immer nur ausführt und nicht einmal mitdenkt ähm probleme kriegt ja also ich sag immer schräges beck ist total super wenn man das hinkriegt aber konzentriert euch erstmal darauf ein richtiges anständiges voran bevor man überhaupt an schräge beck denkt dann an das richtige beck dann an richtig rechts und links und an den sitzpfiff der auf 100 meter funktionieren soll ja also wenn ich sowas habe dass ich merke ich pfeife auf 100 metern der hund macht es nicht dann muss ich nochmal pfeifen oder nochmal pfeifen und dann sitzt er irgendwann dann heißt es nicht dass ich am schrägen beck arbeiten muss sondern was ist die aufgabe die ich habe fühle mich grad wieder schule am voran arbeiten und am sitzpfiff ja okay so ähm genau und bleib in der aufgabe genau danke jana so okay also das waren die ersten die erste sache wenn es passiert ist was ihr dann machen sollt ja es tut mir leid es wurde auch gefragt in der frage gibt es irgendeine andere möglichkeit außer laufen oder sich bewegen nein man kann wie ein rumpelstilzchen auf dem auf dem platz bleiben und sich rumpöbeln sag ich mal bringt nur nichts der hund lernt nur die kann ich da ignorieren ja und äh das zweite ist wichtig was ist das ziel der aufgabe warum macht ihr das agiert nicht sondern also reagiert nicht sondern agiert überlegt was soll euer hund lernen wird er jetzt noch was gutes gutes positives daraus lernen wenn nicht dann lasst es einfach ja okay so und jetzt geht es nochmal um c aufgaben schlauer aufbauen also der sitzpfiff sollte so aufgebaut werden dass man eben nicht nur sag ich mal auf äh 30 40 meter trainiert und dann sagt so jetzt sitzt es jetzt mache ich es auch auf 100 und der sitzpfiff sollte auch einzeln trainiert werden das heißt was ist das ziel ihr solltet euch aufgaben überlegen oder jetzt zum beispiel beim team jagtfieber ist einfach die aufgaben die ihr schon hat auf größere entfernung ziehen wo es nicht darum geht den hundert m den hund auf 100 metern zu stoppen weil er aus dem voran falsch gelaufen ist sondern weil auf 100 metern ein sitzpfiff geübt werden soll ziel sitzpfiff nicht ziel voran ja und dann ist es auch nicht so wichtig ob man danach dann auch weiter arbeitet oder nicht dann ist auch nicht so wichtig ob der hund danach noch ein ziel hat oder nicht das ist dann die zweite aufgabe das ist das zweite was man sich überlegen muss soll der hund jetzt sitzpfiff lernen also einfach auf entfernung sitzen oder soll er lernen auf entfernung nach einem sitzpfiff korrekt rechts links oder back zu gehen das sind zwei ganz unterschiedliche aufgaben die würde ich auch total trennen also die kann man ja parallel üben man muss ja nicht erst warten bis man einen hund auf 100 metern sitzpfiff pfeifen kann damit man dann auf 100 metern rechts links back schicken kann man kann den hund ja auch einfach hinsetzen und dann rechts links back schicken machen auch ganz viele aber meistens nur auf 20 30 metern weil man muss ja so lange laufen ich kenne das ich bin auch faul gerade hier jetzt mit dem schnee kriege ich sowieso nicht hin aber das ist einfach dass das mal so wenn man sagt ja ich kann meinen hund also wenn ihr euren hund nicht auf 100 metern sitzpfiff pfeifen könnt dann müsst ihr das einzeln üben ja okay so was habe ich dann gemacht genau also zum beispiel kann man dann auch sowas machen dass man das nicht gleich immer wieder auf voran ins voran mit rein bringt ja also dass man sich das voran versaut weil ein hund 100 meter voran zu schicken ist ja auch schon mal eine aufgabe dass man zum beispiel so leckere sachen also mal gucken ob ihr das wollt mit futter oder nicht futter aber man kann zum beispiel schöne leberwurst schmieren auf steine nein nein kann gerade nicht kinder sind in ferien ist das nicht schön also dass man zum beispiel leberwurst auf steine schmiert oder so und dann den hund 20 20 meter von absetzt weg geht auf 80 meter und dann den hund sagt okay darf es hin und dann dort den sitzpfiff das ist eine aufgabe muss man auch nicht mit dummies verbinden ja sondern das ist dann etwas wo man einfach ja wo man einfach das sage ich mal im freizeitbereich trainieren kann was man später am dummietraining braucht ohne sich da was kaputt zu machen es ist ja auch schwierig sag mal man hat ja nicht ständig hunde die auf 100 meter einfach mal spazieren gehen ja will man ja auch nicht man will ja die hunde in einem bestimmten radius haben ähm jacqueline fragt welche motivation hat der hund bei 100 meter sitzen zu müssen wenn nichts passiert ähm dass er einfach sitzt ja das ist ja das ding am sitzpfiff genau das ist ja das ding das ding der sitzpfiff ist nicht nett der sitzpfiff ist aber auch nicht böse der sitzpfiff ist beides er ist einfach konsequent und wenn ich einen hund auf 100 meter pfeife dann soll der sich da hinsetzen ja natürlich ja deswegen du nimmst ein bisschen was vorweg was ich noch sagen möchte ist das ist halt dass man halt nach dem sitzpfiff etwas positives verbindet damit der hund den sinn versteht dieser ganzen aufgabe ja aber im endeffekt deswegen muss man den sitzpfiff halt so aufbauen man darf ihn das ist ja das problem mit dem mit dem ball werfen der hund weiß auf 100 meter kann sie keinen ball mehr werfen das heißt auf 100 meter muss ich mich nicht hinsetzen viele hunde machen es trotzdem auf 100 meter weil sie halt einfach nicht so weit denken ja weil sie nicht denken ah der hunde wie viel kann sie werfen 30 meter ok muss ich 40 meter sitz ab 40 meter kann ich nicht kann ich machen was ich will ja ähm aber anders ja ok genau und ehrlich gesagt es wird ja auch belohnt genau also es ist jetzt nicht so dass ihr ein hund auf 100 metern sitz für pfeift und dann sagt ok gehen weiter ja natürlich wird der da belohnt danke daran habe ich gar nicht gedacht dass das jemand denken könnte dass das nicht belohnt wird ja ok so also nochmal also übungen aufbauen ähm die noch funktionieren in der distanz aber eben wirklich schwer sind ja dann auch zum beispiel dieses futterdings machen kann man auch auf 30 meter 40 meter wenn ein hund auf 40 meter nicht macht dann wird das auch nicht auf 100 meter machen dann unterscheiden was trainiert ihr gerade sitz für auf entfernung oder nach dem sitz für auf entfernung weiter arbeiten korrekt weiter arbeiten das sind zwei verschiedene sachen dann entfernung sinnvoll aufbauen das heißt nicht sitz für auf 30 meter aufbauen und dann bei 100 metern benutzen sondern wenn ihr den auf 100 metern benutzen möchtet dann müsst ihr ihn auch auf 100 metern trainieren einzeln nicht ständig und nicht immer ja ihr wollt ja auch keinen extrem hörigen hund haben der nur immer auf euch guckt und dann ständig fragt sondern aber ihr müsst es auch mal üben und probiert es einfach mal aus ähm genau was soll ich noch sagen ich habe mir was aufgeschrieben genau so ach so genau man kann auch das ach das war so ein bisschen die idee von mir nochmal ähm also nochmal ein kurzer hinweis lasst nicht euren helfer euren hund an meckern wenn der nicht sitzt ja macht keine aufgabe wo die technik ist du schickst jetzt den hund gen helfer oder so in die richtung und machst dann den sitzpfiff und wenn er nicht sitzt dann kommt der helfer und sagt ja ähm das ist ganz schlecht dann macht habt ihr im schlimmsten fall habt ihr einen hund der helfer meidet und dann habt ihr echt ein problem ja der helfer hat nie eine funktion mit dem hund ihr seid der hundeführer ihr seid dafür zuständig ja nicht irgendjemanden abstellen und sagen ja du machst dann das und dann funktioniert das ja okay das nicht machen so vermeidet den sitzpfiff in sinnfreien aufgaben das heißt sinnfreie aufgaben sind die dass wenn ihr zum beispiel warte dass wenn ihr zum beispiel einen hund habt ach quatsch eine aufgabe habt wo der hund sowieso hin sollte ja also hier da fangt ihr an hundeführer mit hund und hier ist das dummy d1 und dann schickt ihr euren hund macht hier den sitzpfiff und schickt dann back ja also das kann eine gute übung sein um dem hund back beizubringen ja aber nicht um dem sitzpfiff beizubringen weil hier was lernt der hund ähm ja ich sitze und es ist total egal ich war auf dem richtigen weg alles ist schick alles ist super und dann werde ich nur gegängelt ja das ist keine belohnung hier das ist eine ich werde gegängelt und dann kriege ich auch noch einen keks dafür ja das ist wie als wenn einer euch ärgert und immer danach ein stück schokolade gibt findet ihr doch auch kacke oder meine ja ist schon schön die schokolade zu kriegen aber warum muss er mich immer vorher ärgern ja kann er nicht einfach sagen ach übrigens hier ähm halt mal kurz an du bist grad auf dem weg zum kühlschrank aber da ist nicht die schokolade die schokolade ist im wohnzimmer ja da sagt jemand danke beim nächsten mal werde ich abbrechen und sagen wo ist denn die schokolade ja das war ein schönes bild ich liebe schokolade könnte man bei mir auch mit chips tüten machen ja genau manuela übt es oft beim freilauf wenn fahrradfahrer kommen und ich lass ihn setzen genau das ist natürlich auch manche haben nur das problem dass sie halt ihren hund nicht so weit weg bekommen was ja auch wie gesagt ganz gut ist normalerweise okay also sinnvolle aufgaben sind zum beispiel hier wenn man jetzt sagt so dieses typische also alle aus dem team jagtiver erkennt das glaube ich bis zum abwinken von mir ähm das hier wird geworfen ja dann schickt man seinen hund voran und dann ist hier eins verbuddelt oder verborgen und hier kommt dann der sitzpfiff oder äh gleich der suchenpfiff ja das heißt dieses hier hat den sinn oder zum beispiel dass man dann ähm der wird geworfen dann macht man hier sitz und dann wirft der helfer hier nochmal nach da und dann schickt man nach links sinnfreie aufgaben überlegt wenn ihr sitzpfiff aufgaben macht auch auf entfernung überlegt vorher was ist der sinn für euren hund da drin ja wieso weshalb weswegen wieso sollte er das machen okay so ja da sagt gut erklärt das mit der schokolade das muss ich mir merken das ist mir gerade eingefallen aber das ist ein sehr typisches beispiel wie mit meinen kindern weißt du wenn man ihnen immer sagt nein nicht da lang nicht da lang und dann dürfen sie es trotzdem ja wozu sollten sie vorher hören wozu sollten sie vorher funktionieren und wichtig nochmal ganz kurz ich schalte nochmal ganz kurz zurück hier die meisten üben solche aufgaben ja das ist alles kein ding aber das hier sind immer 20 bis 30 meter ja und das hier das hier sind dann die 100 trainiert es auf hier 80 meter das dummy kann ja auch eingesammelt worden sein oder so dass der hund keinen keinen vorteil kriegt oder irgendwie sowas ja also dass er nicht doch dann das dummy schnappt aber trainiert wirklich die entfernung die ihr dann auch abrufen wollt und nicht immer klein sortieren und dann also klein arbeiten klein beibringen und dann erwarten dass sie es auch im großen feld dann können ja so dann nochmal alle also team jagdfieber ich war ganz kurz hier weil ich weiß nicht ob das die richtige ist ja hier genau seht ihr das ich weiß gar nicht genau ihr könnt das lesen oder www.hundeschule-jagdfieber.de slash team da kann man sich auf die warteliste setzen lassen und jeder der auf der warteliste ist bekommt einen kleinen bonus wenn es zum team jagdfieber losgeht und man kriegt einfach früher bescheid ja also wenn ihr möchtet wenn ihr mal ins team jagdfieber reinschnuppern wollt dann könnt ihr euch da gerne einfach rund verbindlich eintragen ihr seid auch da nicht unbedingt schon irgendwo dabei sondern ihr kriegt einfach e-mails so dass ihr dann nicht verpasst wenn es losgeht also da dummy frühling am 22. april und danach wird wieder das team jagdfieber geöffnet und ich freue mich auf jeden fall auf alle die dann da wieder dabei sind und morgen nicht heute ist dienstag am donnerstag fragerunde im team jagdfieber ihr wisst es wird verlost die einzelstunde mit mir ja wenn ihr noch nicht daran teilgenommen habt an der umfrage also ihr seid im team jagdfieber und ihr habt noch nicht an der umfrage teilgenommen dann macht es bis donnerstag also bis mittwoch um 22 uhr sind ist die deadline und dann kann seid ihr dabei im lostopf und könnt sozusagen automatisch ja bei der fragerunde gezogen werden für eine einzelstunde mit mir in deutschland und weil ich jetzt auch schon öfters gefragt wurde ob ich denn jetzt noch in deutschland irgendwas mache ob ich seminare gebe ja ich gebe seminare aber nur für jemanden der im team jagdfieber ist ist es möglich das zu buchen weil ich einfach zeitlich sonst über ich kann das gar nicht ich kann das gar nicht schaffen ja das heißt alle die im team jagdfieber sind da weiß ich sie kennen mein system sie kennen meine meine ja meine grundidee wie man das damit training aufbaut das heißt das seminar wird viel viel fruchtbarer werden weil es halt nicht so ein ding ist wo ich erst zwei stunden reden muss um alle auf gleiches level zu bringen und deswegen freue ich mich schon ganz viel aus dem team jagdfieber kennenzulernen wenn ich denn dann im sommer da bin termine und alles werden bekannt gegeben keine bange ihr es wird alles ich versuche alles so gerecht wie möglich zu gestalten mal schauen wie wir das hinbekommen aber ja das wird ich freue mich auf jeden fall schon mal riesig wieder richtig richtig trainieren zu dürfen mit euch ähm genau christin sagt die letzte aufgabe die gezeichnet wurde da soll der hund doch bei dem sitzpfiff einen anschauen oder macht das sinn wenn der helfer dann ein dummy hinter neben den hund wirft ähm genau genau kathrin das stimmt danke für die antwort genau äh christin aber ich glaube noch mal ganz kurz hier ähm es ging um das hier das hier glaube ich also der hier wird zuerst geworfen dann wird der hund geschickt sitz und dann wird erst geworfen ja dann kann es natürlich sein dass der hund also der hund sitzt ja erstmal so und dann kann es sein dass er sich dreht da muss man dann halt vorher dran trainieren dass er sich nicht dreht aber im endeffekt wäre es für mich auch gar nicht so ein drama weil ähm ähm entweder kannst du ihm dann also wenn du so ein hund hast ja so ein besserwisser kann man auch dann so schöne sachen machen wie genau ach das ist wieder schön also hier versteckst du ein mal kurz d1 d2 und dann hier versteckst du ein d3 pocket dummy oder sowas ja das heißt du schickst dein hund sitz äh voran sitz pfiff also nein erst wird geworfen dann schickst du deinen hund voran sitz pfiff dann wirft der helfer hier und dann sagst du kleiner suchen pfiff haha das ist super das ist richtig schön zum zuhören so nach dem motto ja ich weiß du solltest nicht nach da ach ja und übrigens da wird was geworfen aber hör mir mal bitte zu es ist genau vor deiner nase ja das ist das sind dann so schön das sind dann die aufgaben aber die wachsen dann halt aus diesen anderen aufgaben heraus ja super spannend ach ich liebe dummy training es ist einfach ja also ja man kann machen 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 und äh es gibt nie ein ende und es macht einfach nur spaß ok sehr schön dann äh wünsche ich euch noch einen wunderschönen abend alle im team jagdfieber wir sehen uns am donnerstag um 20 uhr zur fragerunde im team jagdfieber und äh zur verlosung der einzelstunde mit mir und ich bin gespannt wer es wird und wir sehen uns bis dann ok tschüss im 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 Untertitelung des ZDF, 2020